Es ist wieder Zeit für unsere neue Monatsabfüllung der Selected Cars Community. Juni haben wir jetzt und passend zum Sommer, sag ich mal, haben wir uns eine schöne Abfüllung ausgesucht. Wieder aus Belize, wir hatten letztes Jahr, ich glaube sogar auch im Juni, das passt ja, hatten wir auch schon mal eine Abfüllung aus Belize, von den Travelers Liquors heißen die. Wir haben, ja fälschlicherweise sagen immer viele Travelers Distillers, muss ich ganz ehrlich gestehen, haben wir bei unserer letzten Abfüllung auch aufgeschrieben. Genau, Travelers Liquors ist richtig, zwölf Jahre alt und dann eben nochmal gelagert in Cognac-Fässern. Und das Ganze hat einen recht interessanten, wir haben diesmal, diese Abfüllung hatte ja, die wir abgefüllt hatten, ich glaube 73,8% letztes Jahr, war also so ein richtiges Brett ins Gesicht, also so volle Kanne und hier haben wir das jetzt ein bisschen entspannter gemacht. Die Alkoholauswertung ist leider noch nicht zurück, da warten wir gerade noch auf das Ergebnis. Aber das seht ihr dann ja auf der Flasche. Und wir haben mich schon in der Nase, ja, wir haben eine schöne Holzigkeit, aber gut eingebunden, auch nicht, ja, ein recht frisches Holz. Schöne Würzigkeit, aber vor allem auch so eine gewisse Fruchtigkeit, so eine, ja, so eine gewisse Mineralität kann man schon sagen. Funktioniert echt gut. Also das Cognac-Fass, was allgemein so eine, wie kann man das beschreiben, so eine warme Würzigkeit da mit reinbringt, ja, das betont so schön dann eben, oder unterstützt, ja, so würde ich das sagen, unterstützt schön diese exotische Fruchtigkeit. Wir haben so eine Papaya-Note im Geschmack. Ziemlich cool, gefällt mir sehr gut. Und der Stoff schmeckt jetzt nicht zu holzig, also trotz der zwölf Jahre, trotz des Cognac-Fass, haben wir trotzdem auch im Geschmack eine schöne Mineralität. Und ist jetzt nicht so eindimensional einfach nur Holz in die Fresse, sondern sehr ausgewogen, auch für eine Fassstärke, gehaltvoll, aber trotzdem eben ausbalanciert durch diese Fruchtigkeit nochmal mit dabei. Aber jetzt nicht zu vergleichen mit Jamaika oder so, das hat da nichts zu tun. Das ist echt schön und passt auch gut, passt auch gut jetzt für das Wetter, für das warme Wetter. Also es, ja, das macht Spaß, auf jeden Fall. Genau, wenn du, da musst du allgemein mal ein bisschen schauen, was wir da immer mit der Selected Cars Community machen. Also wir haben da immer jeden Monat eben, füllen wir einen Einzelfass ab. Es ist immer was anderes, wir rasten auch immer mal ein bisschen aus, also haben da echt auch ganz verrückte Sachen, die wir da dann immer mal wieder abfüllen. Und wie gesagt, jeden Monat immer ein unterschiedliches Fass, immer in Fassstärke, ohne Schnickschnack, unfiltriert, ohne Zuckerzusatz, ungefärbt, was auch immer. Also wirklich nichts. Und, ja, das ist dieser Monat und viel Spaß mit mir. Ich bin gespannt, ob er dir gefällt. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank.